1947 haben sich im ehemaligen Munitionslager mit Holz mehrere grosse Explosionen ereignet. Im Dorf haben neun Menschen durch das Unglück ihr Leben verloren. Dutzende Häuser wurden beschädigt oder komplett zerstört. Noch heute befinden sich bis zu 3500 Tonnen an nicht geräumter Munition im Berg. Wegen den Bränden und Explosionen besteht eine sehr grosse Schadstoffbelastung – ein Pulverfass. Die Risikoanalyse zeigt auf, dass sich eine erneute Explosion nicht ausschliessen lässt. Mein Name ist Adrian Götzschi, ich bin Projektleiter mit Holz und arbeite im Generalsekretariat des VBS. Zusammen mit einem grossen Team an Fachspezialistinnen und Fachspezialisten sorge ich dafür, dass die Munition und die Schadstoffe beseitigt werden und ein sicheres Leben in Mitholz wieder möglich wird. Die Räumung der Munition ist ein Generationenprojekt. Die Arbeiten werden uns mehr als 20 Jahre beschäftigen. Viele Familien in Mitholz sind vom Projekt betroffen, viele Schicksale sind damit verbunden. die Räumung der Munition war vom Team an die Schicksale berühmten. Die Schicksale sind dabei dabei, weil die Schicksale sind dort betroffen, viele Schicksale sind vom Team an. Übersteigende Musiker sind dabei, viele Schicksale sind damit verbunden. Vielen Dank.